Ein Mann, der schon seine Erfüllung gefunden hat, stellen wir Ihnen jetzt vor. Es war einmal ein alttacher Sticker, der sich in eine Bregenzer Wälder-Send-Tochter verliebte und das hatte auch berufliche Folgen. Stefan Fessler hat den Textilhandel an den Nagel gehängt und verkaufte fortan Käse. Acht Uhr morgens in Schoppernau. Stefan Fessler ist auf Einkaufstour in der Sennerei, in der alles angefangen hat. Mit Vierleip Bergkäse reiste er vor 16 Jahren durch die Lande. Heute verkaufte er im In- und Ausland 800 Tonnen Käse. Sein Schwiegervater, der heute bei der Verkostung dabei ist, hat sich mittlerweile an den Schwiegersohn gewöhnt, der statt Stickereien Käse verkauft. Die erste Reaktion war ein bisschen ein Fragezeichen in meinem Kopf drinnen. Wie gesagt, er war Sticker und ich war Käser. Grundsätzlich habe ich dann gedacht, wer verkaufen kann, der kann auch Käse verkaufen. Wir beliefern auch internationale Märkte, Käsegroßhändler in Deutschland, Holland, Frankreich, Italien, Rest Österreich, da sind wir auch sehr präsent. Beliefert werden in Vorarlberg eine Großhandelskette und Restaurants. Käse gehört bei Sutter Lüthi zu den zentralen Produkten. Der Großhändler liefert 60 verschiedene Käsesorten. Die Einkäufer schätzen vor allem eins. Das richtige Gespür, die Nase dazu, der Kontakt zu den Leuten und das Richtige zur richtigen Seite der richtigen Menge zu haben. Aus einer Ein-Mann-Firma wurde ein Unternehmen mit zehn Mitarbeitern. Standort war von Anfang an Mäder. Regionale Produkte und internationale Spezialitäten. Damit hat der 40-jährige Stefan Fessler den Markt erobert. Allein in dieser Halle lagern 450 Käsesorten im Wert von 200.000 Euro. Wir sind jetzt speziell in Italien. An Latour zum Beispiel, das ist ein Weichkäse aus Kuhmilch, Schafmilch und Ziegenmilch. Also drei verschiedenen Käsen. Das ist eine Spezialität. Hier haben wir zum Beispiel Frankreich. Ein typischer Camembert, affiniert mit Calvados-Bröseln. Sieht man dann auch ganz fein, also typisch ausgereift, verfeinert mit den Bröseln. Für Feinschmecker und Liebhaber regionaler Köstlichkeiten ist Käse zu einem unverzichtbaren Lebensmittel geworden. Doch manche müssen zu Geschmackserlebnissen regelrecht überredet werden. Vor allen Dingen die Männer sind mutiger beim Käsekaufen als die Frauen. Das habe ich also ganz klar festgestellt. Also die trauern sich um einen Käse, der vielleicht optisch nicht ganz so ansprechend ausschaut zum Probieren, was die Frauen nicht ganz so tun. Also die Frauen gehören mehr auf die Optik. Käse fasziniert und es gibt immer wieder neue Geschmackserlebnisse zu entdecken. Das, was ich eigentlich noch möchte, sind ausgefallene Milchsorten. Also das sind Lama-Käse, also aus Lama-Milch, beziehungsweise gibt es auch Büffelmilch-Käse. Also Milchsorten, die bei uns nicht so bekannt sind. Und so bleibt die Suche nach Käsespezialitäten aus aller Welt eine spannende kulinarische Reise.